Die Hausherren versuchten das Spiel zu kontrollieren. Lukas Höhler hatte schon nach wenigen Minuten die Chance auf den Führungstreffer, sein Kopfball ging aber aus spitzem Winkel ans Außennetz. Im weiteren Verlauf prägten viele Ballverluste im Mittelfeld das Geschehen, beiden Teams war aber das Bemühen, in die Tiefe zu spielen, nicht abzusprechen. Den ersten Ball versenkte dann Höhler im Tor von Philipp Pentke, 35. Doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits, das 1 zu 0 lag weiter nur in der Luft. Marco Gründner vergab die größte Regensburger Chance nur Sekunden vor Ende der ersten Halbzeit. Seine direkte Abnahme im Strafraum zog er übers Tor. Höhler trifft. Wirklich spannender Fußball war auch nach Wiederanpfiff lange nicht zu sehen. Immerhin gelang Regensburgs Kapitän Gründner in der 57. Minute ein gefährlicher Schuss, der aber Kant über die Latte segelte. Völlig überraschend dann das Tor für Sandhausen. Ein Freistoß von der linken Seite wurde von einem Janspieler per Kopf verlängert, Höhler lauerte frei am zweiten Pfosten, und traf den Ball perfekt. Der Vollleihschuss zischte ins Netz. Die Oberpfälzer mussten jetzt mehr investieren, wenn hier noch etwas Zählbares abfallen sollte. Das nächste Tor fiel allerdings wieder für Sandhausen. Regensburg war weit aufgerückt. Sandhausen nutzte die von den Gästen angebotenen Räume. Jansen bediente Höhler, 84. Der Richtung Tor ging, dort Torwart Pentke umkurfte, und das Leder zum 2 zu 0 einschob. Das war die Entscheidung. Sandhausen holte sich die verdienten Punkte. Das war die Entscheidung. ... ... ...